Lieber Handel, sei so fair und gib schneller die Lohnerhöhung her! Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen einen gerechten Lohnabschluss. Wir haben uns zur Aufgabe genommen 4% zu fordern, der Arbeitgeber war da ganz anderer Meinung und hat gesagt 1% ist genug und 1% ist weit unter der Inflationsrate. Wenn die nicht abgegolten wird, können wir uns auch nichts mehr leisten. Ja, es ist schon so, dass ich als Mitarbeiter in der Früh um 10 Minuten früh aufstehen muss, damit ich in die Firma rechtzeitig kommen kann, dass ich mich umziehen kann, weil das wird gefordert. Das ist übrigens schon 20 Jahre so, dass ich mich umziehe. Nur jetzt ist es so, dass ich diese Zeit, dass ich einen Ausgleich bekomme und auch wenn ich später heimkomme, weil ich mich nachher wieder dusche und weil ich das Gewand wieder ausziehen muss. Das ist Arbeitszeit, hat da was der Gerichtshof festgestellt und ich bin ja nicht bei meiner Familie in der Zeit. Das heißt, auch wenn ihr es nicht zusammenbringt bei den Verhandlungen, dass es mir Geld dafür gibt, gibt es mir einen Ausgleich dafür. Das war für mich wichtig, das war für meine Familie wichtig, dass ich dann vielleicht am Wochenende einmal ungestört den Ausgleich verwenden kann. Es gibt viele Probleme, die wir zu behandeln haben, nicht nur die Klimakrise oder die Energiekrise, sondern auch die Problematik der Arbeit und Arbeiterinnen. Warum muss ein Facharbeiter so lange warten auf seinen gerechten Lohn? Warum müssen ganz einfach die Untersten immer weniger bekommen als diejenigen, die oben sind? Wir brauchen gemeinsam in jeder Lohnkategorie einen wertvollen Beitrag für unser Leben, weil wir müssen ganz einfach die Familien und unser Leben auch absichern. Unsere lieben Kolleginnen und Kollegen mühen sich ab, sind tagtäglich pünktlich, müssen sich einer Zeit unterziehen, die sie bis jetzt noch nicht bezahlt bekommen haben. Das heißt, wir wollen, dass schon als Umkleidezeit ist, Arbeitszeit abgegolten werden. Lieber Handel, sei so fair und gib schneller die Lohnerhöhung her. Willkommen. Sehr expertise. So fängt das sehr nachgeabilisiert. Wir machen jeden Fall ... Es geht um ... Wir internal bermotesterton ... Wir machen ... Nur den Lernen ... Alles ...